Was geht ab, meine Liebe? Ich komme immer schon ein bisschen mit dir. Für die ganze Zeit hier am Spielen. In den Szenen. Aber... Deshalb kommt nicht viel zusammen. Vielleicht, wenn ich ein bisschen filme, geht ein bisschen was. Komm, gib mir eine dicke Wildcard hier. Schieß mal einen raus, Mann. Ohne Sinn. Entdeck auf sich etwas um siehe. Ja. Diese Spiele. O-M-P-E. Die Spiele. Das sind die Spiele. Das war's. Die Spiele. Die Spiele. Die Spiele. Die Spiele. Jetzt verbinde. Jetzt muss ich mal reingewinnen. Hier brauchst du auf jeden Fall so eine ganze Flasche, die da zusammenpasst. Die ganzen Wiles. Ob du direkt 5, 6, 7 Gewinner auf einen Haufen wegknallt. Du bist meistens schon ein Level oder zwei weiter. Das ist der Traurige. Du hast noch 5 Wiles, die stehen da rum, wie was bei sich wird. Mit denen kannst du überhaupt nichts anfangen. Mal gucken. Musik Musik Wildcard Alter Das sind so Möglichkeiten daher Eine gute Connection, dann wäre das Wildcard Musik 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 Du bist immer auf diese Wildcats angewiesen, weil so aus dem Stand mäßig Gewinne die sich bis dahin kombinieren, dass du wenigstens diese 20 voll hast. Ich habe fast die Meuse im Dritten 200 Meuse her. Klar man spielt auch einen 10er, aber man muss sich einfach mal vorstellen, am Ende hast du dann so eine Literlei da stehen und dann knallt er doch dementsprechend. So ein Cluster brauchst du, aber da muss man halt mehr kombinieren. Guck dir das andere Wildcats ist nix zustande. Ist ja wie bei Reaktons, wenn da mal so Instabilität das wo dann vier nebeneinander sind. Ja, dann hast du halt auch einige Sachen weg da. Ich habe fast die Schwerung. Ich habe fast die Schwerung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wildcard. Der kann auszuhalten, der richtige Wildcard. Mach dir noch schön die 7 auf, da ist schon mal 2x2 wie mies. Gute Chance gewesen. Da hast du mal einen Cluster. Leider in der Ecke. Hier ist wieder kein Gewinn. Bist ja auch dicker. Ach ne. Aber ja gut. Kommt, vielleicht macht er jetzt mal nochmal eine gute Wildcard auf. Ja. 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 Da wäre sowieso glaube ich noch scheiße gewesen, dann zeigt es glaube ich so abhielt er so auf. Ok, da unten kommt der Neuerplatz, das war der Mond so glücklich. Alten, macht ihr hier wieder Faxen, Mann. Untertitelung. BR 2018 Wild Card 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 Oh So weiter jetzt Krum hat die Bayern getreiben gegen Frankfurt, Saisonauftakt Krumm 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 Kaum Krumm 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da passiert überhaupt nichts. Wildcard. Ich kann von Glück sein, dass wir da noch gewinnen zusammenfüßt. Jetzt zieht der mal ein bisschen rein. Hey, das könnte das glaube ich mal werden, oder? Och, 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 Leute, was soll ich mal sagen? Das war eine Flatsche, vielen Dank. Schön mal drei, noch mal drei. Das war ein schöner Idee. Sauber, Mann. Genau darauf habe ich geloftet, Alter. Mann, 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 ey. Die ganze Zeit hat er nichts gemacht. Sauber. Yes, Mann. Und jetzt weg wieder die fünf Millilie, die ich storniert habe. Komm jetzt wieder raus, Mann. Schade. Komm, einer geht. Ja gut, Leute, somit mache ich natürlich auch das Video zu. Das war natürlich eine geile Flatsche. Ja, ich muss mir auch mal ein bisschen ein Dings, ey. Wie soll ich sagen? Emotional, nach dem 30.000 Treffen mit 40 Cent, was, keine Ahnung, unschlagbar ist. Überleg mal, wenn der E-Spiel alle ist, Top gewinnt 2.000, jetzt 40 Cent gesehen. Und hier gewinnst du das 15-fache nochmal von dem in der Spiel, wo das, ne. Und dann triffst du den 5.000, na gut, ich spiele auch 10 Euro, oder fast 6.000. Und dann, ja, dann sind die Emotionen schon irgendwie so ein bisschen so, ach ja, so. Ja, ist ja normal, muss da ja mehr so, ne. Aber deswegen, Leute, immer vorsichtig, wenn ihr zockt. Online sowieso, ne, ist immer gefährlich. Nehmt euch da kein Beispiel dran, man. In dem Sinne, haut rein.